Das Wetter der Woche diesmal für Gerhard Schröder, der ja 70 wird aber wie 40 aussieht. Ich meine natürlich, es macht viel das gefärbte Haar, aber auch François Hollande hat ja seine Haare gefärbt und Viktor Orbán, alles etwas eher in Braun. Heute sind ja die Braunen in gewisser Weise in Vormarsch. In Budapest sozusagen hat die FEDEV eine sichere Mehrheit von 95 Prozent, Pi mal Daumen ungefähr, und auch Marine Le Pen in Frankreich hat ja gut abgesahnt in dieser Zeit. Da kann man nur sagen, wer wählt denn die, wer wählt denn die, vielleicht die Langzeitarbeitslosen mit Hochschulbildung, die keinen Job mehr haben, da tröstet uns vielleicht die Hannover Messe. Immer mehr gestützte, computergesteuerte Arbeit, wo sich die Computer und Produktionsmaschinen untereinander unterhalten können, untereinander Befehle geben, nicht mehr zuhören brauchen und das Produkt fertigen. Die brauchen auch keinen Langzeitarbeitslosen mehr. Wen brauchen sie also? Leute wie uns, Leute wie Kontext, eben, sage ich doch.